Hallo Freunde da draußen ein kleines Infovideo heute mal von mir und zwar starte ich heute den ersten Drehtag für meine neue kleine Videoreihe und genau das ist auch der Grund warum es in den nächsten Tagen nicht ganz so viele Let's Plays geben wird und es etwas ruhiger auf meinem Kanal wird aber seid euch sicher die Ruhe wird nur von kurzer Dauer als kleinen Tipp um was es bei dieser neuen kleinen Videoreihe geht lasse ich die Kamera einfach mal ganz und auch sehr ruhig Vielen Dank.